Nun, hör raus mit dir, lass dich anschauen. Ah, einer der größten Killer aller Zeiten. Arturo Ui. Jedoch ist alles streng wirklichkeitsgetreu, denn was wir heute haben sehen, ist nicht neu, nicht erfunden und ausgedacht, zensuriert und für sie zurechtgemacht. Was wir hier zeigen, war es der ganze Kontinent. Es ist das Gangsterstück, das jeder kennt. Life, it's a candy, with a red hot chili pepper filling inside. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Das Laden ist keine Suppenschüssel, in die jeder seinen Löffel stecken kann. Verdammt auch! Gut, selbstredend ist es für die kleinen Leute. Es kommt nicht darauf an, was der Professor denkt, der oder jene Überschlaue, sondern wie sich der kleine Mann halt seinen Herrn vorstellt. Und kein Pfui, und kein, das ist nicht fein, hält auf, den Ui! Mord! Ja! Schlechterei! Ja! Erpressung! Ja! Wildbühe! Ja! Raub! Ja! Ja! Raub! 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 Untertitelung des ZDF, 2020